Guten Tag, mein Name ist Jérôme Luling. In einer kleinen Sendung Lützebüsch-Lehrer spielen wir heute einen RTL-Quiz. Ah ja, da gucken wir uns dann mal an. Tests und wissen, wie gut kennt ihr Lützebüsch. Ich länge Quiz mit knibbeligen frohen Römer in Lützebüsch. Da machen wir besser raus. So, noch nicht raus, sonst wird es gut gesagt. So, müsst ihr groß genug sein. Wie ist es den höchsten Punkt zu Lützebüsch? 560 Meter, 1980 Meter, 660 Meter oder 842 Meter. Und die richtige Antwort ist natürlich 560 Meter. So, was ist die Länge von Lützebüsch? 57 Kilometer, 82 Kilometer, 116 Kilometer, 90 Kilometer. Und die richtige Antwort ist natürlich 82 Kilometer. Was ist die Lützebüsch? Was ist die Lützebüsch? Was ist die Lützebüsch? was soll ich so ein bret ja siebenerfünfzig kilometern nichts froh wie heisch als gelöfra 16 meter 21 meter 34 meter oder feierer 40 meter an die richtung einfach als natürlich 21 meter wei wird uns habt statt am jahr nicht hundert dreiersechtig gehächt lulu bursch luxubro lucy bursch oder lucy linburg an der tschütferin das ist natürlich lucy linburg lucy linburg lucy linburg ok so dann die nix froh wieviel an der grunde schien außer letztlich gehen jetzt es nach ob da welt 0 27 oder uhr schenk anschmengen das 0 ok wieviel kacht hier gehen jetzt an der stadt litzbüch fünf zwölf zwei oder feierernzwanzig hm ich tippe mal feierernzwanzig was ist der nationale wahl spruch spruch nicht spruch wahl spruch für litzbüch mir wille bleuwen zudem ma stein mir willen immer mei ja greed is good die will die will lafen am büsch wahrscheinlich wollte so und die will ma treme die will lafen am büsch lafen kriegt auch schüßt ein a ab büsch kriegt auch ein treme oder mir wille bleuwen wat mir zinn an der tass natürlich mir wille bleuwen wat mir zinn so weni as de schengen akkoch in a schrewe ginn in a schrewe netkrete 2w an der tass natürlich oh es ist ja so lang hier 1985 maja loma 2020 maja loma 2020 maja loma 2020 das sind also dann 35 joha oh mai wie zeit vergeht an die läscht froh wir seht ihr schmerzi dat ihr bei diesem kitz mat gemacht hat de premier, ken, de jang de blannen oder rtl litzbüch natierlisch rtl litzbüch an da klicken ist doch drops an hai hun isch och schomt lesungen an isch und zing von zing yeah alles richtisch wen hat dat geduert hehehehe hehehehe da könnt ihr auch nachher ein gespielen wiederholen an dat wäret och schonees da ginn ich hannescht an mein habmenü an da mann ich mull hei den logo aus so an da weisen sich nach mein kontaktadressen nach viel mehr so übungen für litzbüch zu lehren von da ob exerciz.lu theorie dazu von da ob grammaar der fand mich auch auf facebook auf youtube an da dann hat sind die bischer mit denen ich normalerweise des sendungen hai präparere voilà lief leid das ohne jesch äh avoi gell an äh merci auch für a opmerksamkeit a bis hoffentlich geschwön adi